willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge der clash of clans mit mir im torsten und ja ihr habt es schon im titel gesehen es sind nicht mehr meine es sind nicht mehr meine grünen totos denn ihr seht ihn da oben da über mir da habe ich mal abgebildet also ich weiß nicht was ich davon halten soll ist es ja der zweite sneak zur zweiten truppe und ich hatte ja gesagt barbaren bogenschützen riesen und kobolde werden die super truppen sein denke ich mal denn das sind die ersten vier truppen die du auch bekommst in der clash of clans anfängst aber die kobolde ist also die eigentlich sind die kurde ja meins eigentlich sind die kurde meins wir haben ja noch ein angriff okay mal den fall kopfzelle eben zu eben mal zu gucken was er hier so macht ich hoffe das ist das ist hier ganz schön laut aber ich glaube ich nehme das nicht ganz so laut auf wie ihr das gerade hört und deswegen habe ich gedacht ich war ich jetzt mal von den grünen totos ab denn die sehen nicht mehr so aus alter ein heilsauber gezweck da was macht er da mein mann 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 ein kopf ist hier von der rolle oder was obwohl die beiden oder die paar walküren hier direkt in heilung reinzubringen obwohl die auch kein beschuss kriegen ich denke mal da hat er nur dicke finger gehabt und trotzdem müssten dass hier eigentlich drei sterne werden das ist ein rathaus 11 rathaus 11 halter ich bin aus bin ganz weit weg gerade aus 9 auf 8 und dennoch müssen dass hier locker drei sterne werden wenn nicht dann glaube ich kann der freikopf sein account löschen aber ja 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 okay mit dem halsauber gezweckt mal sehen aber ich denke mal diesen klank hier werden wir trotzdem leicht verlieren hier bei deutschland denn der gegner ist schon ein bisschen weiter wir haben zwar noch ein paar angriffe über guck mal der erste hier haben noch ein paar viele angriff über bänder unter anderem okay da kann ich ja mit bänder eigentlich noch was machen hier mit dem bänder kann ich noch was machen den aktiviere ich gleich mal dann macht er hier vielleicht eine base auf ein paar sterne 34 40 vielleicht geht ja doch noch was aber leute die kobolde das sind nicht mehr meine das hier sind meine kobolde mit irokesen schnitt max level auf rathaus level 10 das wird ja demnächst nicht nicht mehr so sein und im moment haben wir auch versammlungsverbot also das was hier was ihr seht das sollt ihr da draußen auf gar keinen fall machen aber dennoch denn im moment haben wir ja so ein bisschen versammlungsverbot und aber wir können jetzt trotzdem hier zu etwas versammeln nämlich um so ein bisschen so alte ausgelatschte bases hier zu machen wo man ein bisschen was holen kann und hier ist ja ein bisschen was zu holen aber ich sehe gerade leute ich habe ein bisschen wenig okay ich sehe es ein ich habe ein bisschen wenig riesen dabei nämlich gar keine okay das weiß nur ein riese hier dann müssen wir die restlichen lager weg holen und das sind eigentlich meine goblins hier das sind eigentlich meine truppen die ich immer gerne zum farm nehme wenn es darauf ankommt dass ich keine pokale machen will und dass ich einfach nur so lessons fair eine schnelle truppe haben will aber die anderen goblins die sind mir ein bisschen ungeheuerlich also diese super goblins ich werde euch gleich auch sagen warum und wieso dafür noch das dunkle kriegen dahinten dass man gerade checken was man checken ob wir da nicht doch den dunklen pot kriegen ich meine das sind immerhin 2000 dahinten noch drin stecken dass man gerade das noch weg machen da dann können wir hier mal reingehen müssen eigentlich jetzt so ein bisschen so in die mitte gehen wenn ich die hier außen so setze da zum dunklen lager das machen die auch und dann haben wir den gleich auf wenn wir uns nicht vergessen dann haben wir den auf null wunderbar den worten kann ich ja noch nicht zünden 37 38 39 40 mal gucken ob das 40 prozent werden ganz ganz enge kiste hier aber mit den mit den baba mit den barbaren mit den kobolden habt ihr auch schon am wochenende nicht am wochenende gesehen sondern ich habe ja ausnahmsweise auch dienstags gestreamt jetzt auf twitch tv da kann man schon ein bisschen was mit holen so wir gucken mal rathaus unsere queen muss das rathaus machen ich froste hier mal die frost kosten nicht auch ach queen ist das denn ernst komm 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 das ist aber auch eine lahme queen ich dachte gerade ich hätte noch einen woodsauern aus holen müssen aber was haben wir denn hier drin okay ein peck in peck in peck in peck in peck in pecky wie für so ein paar prozent mal sehen das verdient vielleicht noch gewinnen hierfür das tages für das tagesspiel und den beiden gönne ich sogar noch ein wut dass sie hier noch 47 48 49 kommen wir noch mal zurück zur kanone wunderbar da hat er mich gehört alles klar habe ich mal eben gesetzt damit ist die 50 prozent werden aber wie gesagt die koboldi hier das sind eigentlich meine kobis und ich war ja hier mit dem alex am ich will nicht sagen am boosten aber wir haben den startrat aus 11 hier frisch im livestream gemacht und fand ich auch sehr sehr gut danke auch noch mal an denjenigen wer es auch immer war für die base ich bin ja ein schlechter basebauer also schnell mein discord gegangen hier eine base kopiert naja aber dennoch ich habe bin hier gar nicht so großartig drauf eingegangen das weiß ich auch nicht was das immer ist denn ich hatte hier so ein bisschen dass das das gefühl wenn ich jetzt leider wechsel am tablet dann sagt er immer er kann das nicht anzeigen deswegen müssen pc springen aber ich glaube das brauche ich nicht aber mir habt die videos sicherlich auch gesehen hier von den super barbaren und das kommt mir so ein bisschen so also ein bisschen china style kommt mir das vor china style also nicht ganz anime mäßig oder so aber ich habe so ein bisschen das gefühl dass aus dem nachterf diese barbaren jetzt zu uns kommen und ob sie nun gut oder schlecht sind das werden wir dann feststellen das konnte der auf den anderen kanalen auch sicherlich sehen aber hier diese die jungs hier den habe ich ja da oben über mir ich muss sagen das ist so ein bisschen so eine so eine kreuzung aus guck mal genau hin guck mal ganz genau hin schaut auch mal dem bowler sein grenzen an und seine seine umrisse des gesichtes und so jetzt kreuzen wir das mal mit dem goblin jetzt ist der glatzköpfig und tatsächlich der hat ja auch eine glatze aber meine goblins hier haben keine glatze die haben eben hier einen schönen erokesen schnitt und dementsprechend wirken sie auch viel viel schnittiger als dieser sneaky kobold aber ich weiß nicht mir gefällt er nicht gut kann ich euch bin ich ganz ehrlich und ich hätte fast gesagt wir sind genauso effektiv mit den kobolden als mit den anderen kobolden obwohl die anderen kobolde sich dann vielleicht für was anderes eignen ich weiß nicht vielleicht für einen kobold blimp oder kobold karre oder kobold felsenwerfer oder kobold kaserne kobold kaserne glaube ich ist eher weniger aber kobold blimp kann ich mir schon sehr sehr gut vorstellen dass die da richtig was reißen mit wutzauber ich bin mal gespannt was meint ihr schreibt man in die kommentare rein ob wir demnächst wieder mehr kobolde in den klarkriegen sehen oder auch mehr von den barbaren die ja auch unter range oder unter rage sehr sehr gut sind unter wut sehr sehr gut sind aber ich hoffe nicht dass jetzt alles hier aus aus dem dorf hier ich meine hier haben wir keine es gibt hier keine kobolde die hoffnung oder viele haben ja gedacht alter jetzt holen die das nachtdorf irgendwie ins tagdorf rein aber ich kann mir vorstellen dass ihr wenn ihr meine folge jetzt seht dass wir schon wieder nächsten sneak haben ich bin im moment einen tag ein bisschen zu spät das liegt einfach an der krise und an dessen dass ich auch nett zu tun habe liegt aber auch daran dass ich nicht zu hause bin und so ein bisschen bei einem umzug helfe weil wir mit unserer firma mit einem büro umziehen werden deswegen habe ich ein bisschen weniger weniger platz aber nicht weniger platz hier beim alex und ich komme ganz gut zugange hier ihr seht das pass läuft klarspiele laufen nicht ganz so gut bei mir aber der pass ist fast fertig hier und dann können wir hier sicherlich auch was machen ich hatte ja gestern wollte ja eigentlich ein adler machen aber den schaffe ich nicht mit euch leute das sind hier in dieser während dass in dieser folge acht mille das packe ich glaube ich nicht mit euch das packe ich nicht aber mal sehen ich habe jetzt den bus angeworfen dann machen wir kurz einen cut und greifen mit unseren echten kobolden an den den da oben den traue ich noch nicht so richtig ich muss mich gerade wieder wundern ich habe gerade jetzt einen angriff mal eben fix im nachtdorf gemacht habe ich muss mich gerade wieder wundern wie blöde die kampfmaschine ist ich meine okay beides hatte hier schon schaden genommen aber jetzt guck mal wo die kampfmaschine eigentlich hingeht die geht auf die mauer anstatt auf den bogenschützenturm der quasi direkt am arsch ist und der meine armen maschine immer die ganze zeit ins bein schießt das ist mir ein rätsel ehrlich erst mal die und dann vor allen dingen jetzt guckt euch das an erst die mauer kaputt machen und dann ah jetzt bist du dran du tuan also die ist ja mal die hat ja mal richtig ein update verdient war an intelligenz mehr auch nicht naja egal was willst du machen wir gehen hier auf jeden fall weiter richtung farm rein ich habe hier mal gar nichts in der clanburg dankeschön tausend leute online und ich habe nichts in der clanburg das das sind mir immer die richtigen ich habe sogar ein drachen gebaut obwohl dann baue ich jetzt mal ein paar bowler dann sagen die alle aber ich will keine max bowler haben ich kenne dieses gehäule doch hier was ja nicht ganz so schlimm ist aber wie gesagt die da oben no go ich werde sie nicht mehr nehmen die grünen totos außer es sind die originalen grünen totos so wie sie so wie wir sie jetzt gerade kennen hier also die echten mit nur echt mit der edelkante oder mit der edelspitze eben mit der edlen frisur hier mit dem irokesen schnitt nur dann sind die echt hier und zwar nicht anders so eben mal gucken da haben wir das weg gemacht wunderbar dann kriegen wir das hier auch noch hat die laufen schon nach da brauche ich hier gar nicht so viel setzen glaube ich laufen einmal rum wunderbar also ich kann euch sagen beste farmtruppe hier die jungs das ist eigentlich jungs ist das eigentlich bewiesen dass die dass ich hier mit meinen mohrbrechern gar nicht reinkomme hallo naja jetzt doch ok ich dachte ich komme mit meinen mohrbrechern hier nicht rein jungen 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 ok wir gehen mal Richtung dunklen auch wenn wir jetzt keine gobbies dabei haben können wir sicherlich hier noch ein bisschen was checken wir gucken mal hier ein sprung gesetzt und da sind die ja schon durch einmal alles in wut gebracht hier king geht daher 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 wo ist mein king ach da ist mein king ok da ist mein king wo ist meine queen diesmal wieder jenseits von gut und böse aber das ist nicht so schlimm die lenken ein bisschen ab mal sehen ob es mein king da nicht reist irgendwie ein rathaus zu kriegen oder der warden überhaupt macht mal das rathaus ich hab auch kein ich hab auch kein kein fries dabei ich glaub das wird nix ich hab kein fries dabei ok oh der oh der inferno ist grad leer gegangen da aber trotzdem ein stern ok der inferno ist grad leer gegangen alles klar naja aber so farmt es sich hier mit kobolden ihr habt das ja schon in den live streams gesehen ich bin auch echt froh dass ihr zwei live streams hintereinander quasi kobold mäßig ertragen habt denn ich hab ja erst mit dem einen elfer an dem einen abend was gemacht und mit dem anderen elfer an dem anderen abend etwas gemacht ähm lass mal grad checken boulder gift 1,2,3,4,5 gift und an dem anderen abend was gemacht und deswegen bin ich eigentlich froh dass das so ganz gut funktioniert hat äh dann nehmen wir nochmal einen sprung zwei sprungen ich glaub hier haben wir jetzt drei sprungen ah das ist geil drei sprungen ist gut junge junge drei sprungen das ist ja fantastisch aber beim farm reicht das ok der kriegt jetzt nochmal einen bowler hier wunderbar lavahund können wir auch machen bowler können wir auch machen ich mach mal ein paar farmtruppen hier wenn sich die leute dann beschweren bin ich nicht schul sondern meine kobolde aber wie gesagt ähm wenn ihr äh der meinung seid die kobolde wird eine echte op-truppe dann schreibt es ruhig unten in die kommentare rein ich glaube das wird keine op-truppe ich will trotzdem nochmal abwarten ob die mir nicht doch irgendwie die clan bucke voll machen können und wenn ja dann machen wir noch einen angriff also äh kurzer cut ich übersprung nochmal die suche die dauert jetzt schon ein kleines bisschen zu lange denn ich bin ein bisschen zu hoch in der liga hier mit dem alex aber mal sehen kriegen wir schon hin ja und so kommt jeder in jedem fall auf seine ähm spenden und ich will mal eben hier das tablet in die andere tablet in die hand nehmen und will mal gucken denn ähm irgendwo gab es hier noch eine zu machende base das ist die hier die mache ich jetzt eben mal ähm ok die greifen wir mal an mal gucken wie sich der bänder hier schlägt ist ein altes format von mir also mache auf dem einen ding angriff und auf dem anderen ding zeist es und äh gucken wir mal wir gucken mal wie sich der bänder hier schlagen kann gegen so eine base er hat ja immerhin dreier drachen das ist ja nicht ganz so schlecht würde ich mal so sagen und er hat ein 1er king ok den schicken wir mal hier los den nehmen wir mal da los und ähm hier brauchen wir den dicken gift ok hier brauchen wir den dicken gift guck mal wie die truppen da jetzt reingehen alter ist das laute hört ihr das also ein bisschen hört man das glaube ich ne so ein bisschen leiser machen dass ich das teil jetzt ausmache warte mal so hier muss es in die mitte gehen da sind die luftabwehren und eine luftabwehr ist allerdings auch noch da nehmen wir die hier mal rein mal sehen ob wir die da rein kriegen und der jetzt nach dahin geht die gehen nach dort die gehen nach außen die gehen nach innen auf die luftabwehr ja das die geht auch noch down ok die geht auch noch down aber außen die beiden boogie türme sind natürlich ziemlich hart jetzt gerade für mich hier ähm ich kann es eigentlich laufen lassen weil ich kann eh nichts mehr setzen und dann müssen wir den hier eben auslaufen lassen vom bänder ok aber mal sehen die lufts hier das sind siebener lufts schaffen die den bogenschützenturm die packen den in jedem fall jetzt gehen die allerdings erst außen zur kanone und au das ist eine ganz enge kiste aber der punktschaden hier also es ist ja kein flächenschaden mehr da der könnte mir den arsch retten hier muss ich mal so sagen und jetzt ist nur noch eine frage der zeit ob dieser angriff hier durchgeht aber 1 34 mit den loons im backend das sieht noch ganz gut aus das sieht noch ganz gut aus das war jetzt mal so ein bisschen abseits ich habe ja jetzt eben gesehen dass ich mit dem bänder noch angreifen musste das ist ein account das ist ein account von mir allerdings bespiele ich ihn so gut wie null den hatte ich hier jetzt irgendwie nur aus der not mit rein genommen habe jetzt aber gesehen dass wir hier noch so ein paar sterne holen können und dann nehme ich die ganz gerne mit auch mit ihm hier wir haben nichts mehr in den ecken hier das sieht ganz gut aus und ich muss ja den einen oder anderen sogar mit meinem rathaus 4 in die friendslist nehmen das hole ich aber dann mal bei gewissen tagen nach ok hier haben wir aber erstmal 3 sterne hype für den bänder wunderbar da ist er hier auch durch und dann gucken wir mal vielleicht kann er ja noch einen angriff machen aber den mache ich dann ohne euch wir sind jetzt bei naja ok die drei sterne haben jetzt da schon gezählt ich gucke mal gerade ob wir so einen noch machen können das ist auch ein neuner ich kann mir vorstellen da kann der bänder nochmal punkten warte mal ich komme mal mit dem bänder eben nach ich glaube da könnte der bänder nochmal punkten und vielleicht schaffen wir den zicker ja dann doch noch aber ich habe ich habe ich habe truppen ich habe truppen das ist super und ähm alter rudy ok den nehmen wir mit den nehmen wir mal mit hier auch wenn er ziemlich stark ist und wir haben eigentlich nur nur fünf riesen das ist ziemlich wenig aber wir haben ein paar bowler wir haben ein paar magier und wir haben natürlich unsere mauerbrecher und wir haben unsere helden hier ok dann setze ich jetzt mal meine kobe ist so schnell wie es geht hier so mit vier finger mit vier bis acht finger alter 200 kobe ist oder über 200 das ist auch schon wort zum sonntag hier kann ich euch sagen das ist echt ein wort zum sonntag denn die kriegst du gar nicht so die kriegt gar nicht so schnell raus wie die hier raus wollen einmal da in wut richtung rathaus das rathaus fällt wunderbar und haben wir jetzt überhaupt ein bisschen loot geholt hier haben wir überhaupt ein bisschen loot geholt ein bisschen haben wir geholt da einmal gefriest boah das haben wir ganz gut gemacht wir haben auch den adler mitbekommen ich weiß das war jetzt eine abgefarmte base aber dennoch will ich ja dass das notwendigste aus den kobolden hier rausholen mal sehen ob das auch mit den schleichkobolden funktioniert oder mit den superkobolden die ja irgendwie so eine schleichfähigkeit haben aber das werden wir ganz ganz genau beobachten auf meinem kanal also bleibt in jedem fall dran hier ich werde euch auf den laufenden halten so gut wie es halt zeitlich geht so muss ich mal sagen und hoffe das ganze hat euch auch mal wieder gefallen wenn ja dann lasst mir immer gerne am ende einen daumen nach oben da und besucht mich gerne in den live streams auf twitch.tv schräger toto clasht denn dort bin ich jetzt immer oder im moment so ein kleines bisschen länger online oder öfter online als dass ich es eigentlich wirklich bin aber alter das waren gerade 8000 dunkles das waren gerade noch mal 8000 dunkles also das hat sich ja mal richtig gelohnt allerdings muss ich sagen haben wir hier in dieser truppe ein bisschen zu viel kobolde und ein bisschen zu wenig riesen hier müssen wir also hier müssen wir mehr riesen nehmen das solltet ihr in jedem fall auch machen dann könnt ihr euch die bases hier sehr sehr gut weg snacken und dann kriegen wir das hier schon hin dass wir hier ein ganz angenehmer rathaus werden ich kann zwei bobslos schicken ich weiß beim anderen dorf habe ich etwas anders gemacht da habe ich erst zwei elex lager glaube ich gemacht hier mache ich es etwas anders hier nehme ich zwei zwei lager auch ja aber ich nehme ein gold lager und ein elex lager wollen wir denn hier noch ein gold lager und da ist noch ein gold lager und dann passt das hier dann habe ich die bobs in jedem fall am start das kleine kanönchen hier noch gemacht und wo ist das klappergestell hier ist das klappergestell den machen wir auch noch aber die nächste defense wird in jedem fall der adler sein also wie gesagt wenn euch das ganz gefallen hat vielen dank bei oder dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns in jedem fall am wochenende eben reichlich live streams also seid dabei ich würde mich freuen meine community würde sich freuen und bis dahin euer tuto das wir gehen wir die diese Bis zum nächsten Mal.